Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier in Bratislava. Wir, das sind der Peter und ich. Wir machen heute den Night Run. Wer diesen Kanal noch nicht kennt, kann ihn gerne abonnieren. Ich nehme euch mit. Viel Spaß beim Video. Das Ding ist, ich weiß ja aktuell gerade selbst nicht, wo wir eigentlich hin. Also ja, das Ziel ist klar, irgendwie was Essbares und das schon relativ bald. Mittlerweile die Startnummer abgeholt. Wir haben jetzt noch knapp 50 Minuten bis zum Start, nachdem wir hier den halben Tag verbracht haben. Und es kommt auch langsam Wettkampfstimmung auf. 5, 4, 3, 2, 1, Start! So, etwas mehr als zwei Kilometer gelaufen und ich habe den Peter verloren. Jetzt kommt das, wieso ich da bin. Wir laufen durch den Straßenbahn-Dunnel, der an sich komplett gesperrt ist für Fußgänger, einen Radfahrer und überhaupt für alle. Mittlerweile wieder vereint. Peter ist auch da. Das war's vom heutigen Bratislava Night Run. Wer das Video bis hierher gesehen hat, schaue ich den Rap in den Kommentaren. Ich sage, vielen Dank fürs Schauen vom Video. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank.